hallo und herzlich willkommen zu city skylines ja ich bin gerade dabei die stadt zu verdichten also ich habe hier schon angefangen dass man ein paar größere häuser reinbekommen mehr leute in die stadt weil ich doch das zentrum oder ein teil von zentrum schon gedacht hier zumindest etwas dichter ganz am rand wo es dann zu den feldern geht kann man eventuell auch sagen okay man lasst hier vielleicht etwas schmaler macht es nicht ganz so dicht aber hier der teil und hier das könnte man ruhig alles noch dichter machen ja 8000 einwohner brauchen wir für unseren nächsten meilenstein nachfrage haben wir immer noch nach geschäften wobei da ich teilweise eh wieder umgebaut und auch schon die die ganzen bestehenden geschäfte schon verdichtet das kann man hier auch noch machen dann ziehen wir das einfach mal komplett durch ansonsten wie schaut es denn aus mit den bedürfnissen industrie geht sehr gut gewerbe ja geht wohnungen haben 80 prozent nicht perfekt da gibt es ein paar die sind unzufrieden gebäude ist nie in dicht besiedelt gebiet gut da wohnt aktuell auch niemand drinnen da wohnt auch noch niemand gut sind also die neuen häuser die noch nicht besiedelt sind wie schaut es eigentlich mit unserem verkehr aus okay da ist doch einiges jetzt los in der zwischenzeit bei der einfahrt in die stadt könnte man auch mal schauen ob man da noch irgendwas optimieren können wobei groß und ganzen der verkehr fließt die meisten wollen hier nach hinten ins wohngebiet hinein schauen mal ob man da vielleicht doch noch was umbauen können gewinne 27 ist jetzt nicht sag ich mal so wie raus scheint da müsste man auch mal schauen ob man da nicht noch müssten auch bei der einnahmen einseitig wieder ein bisschen schauen dass geld reinkommt aber durch ich sag mal durch die steigerung der einwohnerzahlen steigen natürlich dann auch die die steuern aber hier staut es ist halt doch ein bisschen ich mache jetzt nicht ganz extrem aber wir könnten natürlich die straße hier natürlich verbreitern wir haben ja auch jetzt hier die straßen das kosten die im unterhalt auch 125 kosten 1,6 pro woche ja gut das würde ja fast noch gehen ja gut das würde ja fast noch gehen ja gut das würde ja fast noch gehen kann ich da einfach so drüber bauen ach so da muss ich äh warte warte jetzt wollte ich nicht genau wir wollen ja abreden schauen wir mal ob wir da ein bisschen zumindest hier ein bisschen mehr unterbringen und bei der ausfahrt das sind hier jetzt ampeln ich glaube da haben sich ampeln gebildet das wollen wir natürlich nicht haben das ampeln war jetzt nicht ganz so der plan wenn wir hier vielleicht nochmal welche strecke oder war das die ich such grad die strecke die ich da vorher hatte irgendwo habe ich da jetzt was total oder ist das hier noch autobahngebiet oder ist das hier noch autobahngebiet oder ist das hier noch autobahngebiet machen wir so das wäre echt besser dann geht da genau jetzt sollte der verkehr wieder ein bisschen flüssiger rennen aber beim rausfahren geht es ja da haben wir nicht so das Problem aber beim reinfahren haben wir das Problem oder wir bauen komplett um dass wir eventuell doch einen kreisverkehr an der Stelle brauchen wobei ich sagen muss eigentlich ja weil viele wollen wirklich hier rüber beziehungsweise einfach ins Industriegebiet die Überlegung wäre auch um ihnen irgendwo eine Abkürzung bieten könnten dass sie schneller reinkommen beziehungsweise für die Industrie oh wir haben Wasserprobleme eigentlich eigentlich doch weil ich einfach vergessen habe aufs Wasser so das passt mal dann brauchen wir hier noch Wasser so jetzt sollten die eigentlich auch genauer hm weil da ist doch mehr los als ich dachte da kommen wir uns von der Autobahn da kommt richtig das staut sich schon bis da nach hinten der Verkehr hm wie machen wir das am besten eine eine Möglichkeit wäre wirklich ist man sagt man bitte denen hier eine Möglichkeit dass die da schneller quasi reinkommen und gar nicht über die Kreuzung fahren müssen wir haben es denn hier gebaut da ist eine Einbahn die geht nur in die Richtung das heißt da kann man eh nur rein aber nicht raus könnten uns auch probieren dass wir uns hier einfach anhängen das wäre auch eine Möglichkeit dann wären wir was haben wir denn da schneiden Herz Teil verbräder zweischwollige Einbahnstraße mit Gras gut wir brauchen eigentlich eh noch so naja ups glaube dann schauen wir mal geht sich das aus ja doch, hier könnte man anknüpfen kann man die da rauf bringen die Frage ist nur, reicht hier dann diese zweispurige aus nicht, dass es hier dann staut aber es sollte eigentlich passen jetzt können die normalen Autos fahren jetzt hier rein und die anderen können eben vorher schon haben hier schon die Möglichkeit quasi die, die direkt da rein müssen, dass sie hier fahren und die anderen, die hier nach hinten müssen die werden wahrscheinlich eh weiterhin über die Kreuzung fahren aber, wie wir teilen ja, schaut besser aus jetzt fahren hier die ganzen LKWs und hier in groß und ganz eigentlich nur noch die Autos das heißt wir haben den Verkehr jetzt gut geteilt und ich merke gerade wir haben hier gar keine Einbahn gebaut wie ich es eigentlich wollte da sind Schweine unterwegs war das die, das ist die sechsspurige Einbahnstraße das war die, die ich eigentlich bauen wollte ich wollte hier genau eigentlich eine Einbahnstraße eine sechsspurige in die Stadt rein ich meine bei der Einfahrt da kann man es uns hier erlauben dass wir da ein bisschen dichter das Ganze machen ausfahrt, da geht es ja eigentlich weil raus ist der Verkehr nicht ganz so stark ok, hier ist jetzt die Frage das ist ja, was haben wir gesagt das ist eine zweispurige vierspurige gibt es ja leider nicht es gibt nur die sechsspurige vierspurige Straßen aber es gibt keine vierspurigen Einbahnstraßen ok, jetzt fahren es doch wieder alle da jetzt fahren doch wieder viele hier unten na gut, wir haben hier einen Flaschenhals quasi erzeugt wobei es halt immer eine Frage ist bei dem Spiel muss man immer auch ein bisschen beobachten das Ganze war durch die neue Straße soll man es jetzt bauen damit es will keiner mehr umfahren jetzt wollen sie alle nur noch unten fahren aber die sechsspurige erlaubt Geschwindigkeit von 60 ok, und hier kann man ja nur 40 fahren das ist natürlich nicht ganz so optimal hin oben die Brücke die könnte man theoretisch die könnte man theoretisch verbreitern damit wir da mehr Autos drüber kriegen aber ich glaube wobei, jetzt fahren sie wieder oben jetzt verteilt sie es wieder besser aber man sieht eine Teilfahrt oben eine Teilfahrt unten aber der Verkehr generell steigt immer mehr an der in die Stadt reinkommt gar nicht so die raus wollen aber es sind verdammt viele die in die Stadt rein wollen und man sieht auch Einwohnerzahl sind schon über 7000 angestiegen Gewinn ist auch wieder auf über 4000 hochgeschossen also das merkt man auch das zahlt sie schon aus ok, hier steht ich glaube hier ist wirklich nur das Problem dass einfach nicht genug Platz ist aber diese fetten Straßen die werden wir hier nicht unterkriegen wobei hier schon aber hier nicht aber wir könnten hier hier verdichten also das könnten aber da geht es ja eh nur in eine Richtung genau, die dürfen wir nur rauf fahren das heißt wir können hier das breiter machen mit einer Einbahn genau, dann können wir hier die Abfahrt oder machen wir es wirklich soll es mal sagen hier rein und hier raus wäre auch eine Möglichkeit andererseits es verteilt sich hier drinnen ja eigentlich eh relativ gut ah ja und die Fahrspuren da teilt es sich jetzt auch besser auf die die rechts und links abbiegen wollen das Problem ist halt nur die die in die Richtung jetzt fahren die müssen teilweise ein bisschen länger warten weil wir hier eine Ampel gebildet haben ja aber gut aber ich glaube da hinten geht es ach ich glaube im Großen und Ganzen okay hier haben wir noch etwas mehr Verkehr ach ich glaube trotzdem aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es noch okay weil zumindest der Stau der bis da nach hinten gegangen ist den haben wir definitiv nicht mehr und das dürfte einfach noch der Reststau sein der noch übrig ist na wie schaut es da aus da ist eigentlich soweit auch in Ordnung kann man eigentlich auch nichts sagen muss man ein bisschen abwarten wie sich das weiterentwickelt ach da hinten da gibt es ein Problem hm nochmal was wollen die von uns nicht genügend gebildete Arbeiter gebildete haben wir Bildungsproblem schauen wir gleich mal unsere Schule ok reicht die Schule nicht mehr aus um die Leute gescheit auszubinden naja wir haben hier eine eine na eine Oberschule aber wir haben hier keine so wo haben wir denn die da haben wir die Grundschule dann könnte man ja die Oberschule eigentlich mehr oder weniger gleich daneben bauen würde sich ja irgendwie anbieten das müsste den Bildungsstatus relativ schnell eigentlich verbessern und wir haben ja hier auch unser Bus-System das heißt müssten die Leute eigentlich auch recht gut hinkommen hier geht es mit dem Verkehr aber hier haben wir noch etwas Probleme hier könnte es noch etwas flüssiger laufen das geht ja jetzt bis hier runter wobei ich am überlegen bin das ist ja quasi eine Hauptstraße wo wir die nicht eventuell auch verbreitern sollten ich meine Gewinn machen wir 3-5 ich meine gut das Problem ist ja wirklich wenn hier der Verkehr so steht wobei wirklich stehen du da eigentlich nicht weil wenn man so schaut es rennt eigentlich relativ flüssig das Ganze bis auf die Stelle hier vielleicht wo es nicht immer ganz rund rennt aber ok dafür haben wir jetzt hier haben wir innerhalb unseres Industriegebietes der Landwirtschaft jetzt etwas mehr ist etwas mehr los vielleicht sollten wir doch mal auch eine zweite Anbindung machen gibt es denn da irgendwelche Vorschläge Autobahn mäßig da müsste man selber was basteln aber könnte man mal überlegen wie machen wir das am besten und wo knipsen wir uns an hmm da haben wir schon die Brücke wo es nämlich dann rüber geht ist vielleicht auch nicht der optimalste Platz dann bräuchte man wenn wir da Autobahnanschluss machen auch eine breitere Straße wo wir uns anschließen können wir könnten hier so die Straße etwas breiter raufziehen dass wir zumindest sagen wir hier das ist eine zweispurige zumindest hier machen das wäre schon mal so 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 gut ich meine da ist noch relativ leicht da braucht man nur immer sagen und da sagen wir einfach wollen hier und hier bei braucht man nicht mehr erreicht wenn man so quasi reinfahren und hier wieder wieder rausfahren kann man hier kann man hier das ist meine ich nur noch schauen dass man die hier sind kann man da irgendwie raus oder ist das schon zu eng der ort ist belegt wie machen wir das dann am besten so ich hier werden wahrscheinlich nicht rauskommen nehme ich an gut dann machen wir das anders dann immer hier mal reißen wir hier mal den betrieb vorläufig mal weg jetzt sollten wir da eigentlich normalerweise problemlos was man jetzt hier sagen wir gehen hier rauf da halbwegs hinbringen was nicht zu eckig ausschaut haben wir das zu bauen genau jetzt kann man nämlich hier so fahren hier kommen wir hin hier kommen wir hin kann von hier zu genau von hier wollen wir noch rein fahren gut das können wir hier jetzt noch sagen wir machen hier eine ausfahrt meine brücken werden keinen schönheitspreis gewinnen das sehe ich jetzt schon das können wir uns hier oder ich genau wir uns hier eigentlich anschließen ja 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 ist jetzt nicht super schön geworden aber ich glaube kann man so nehmen oder dann haben wir jetzt neben der ein und ausfahrt haben wir jetzt hier noch eine wird auch schon genutzt wie man sieht wird auch schon genutzt wie man sieht also als auffahrt zur autobahn wird auf jeden fall genutzt dann können nämlich die die hier sind können dann da auffahren und die die von hier kommen werden wahrscheinlich weiterhin hier auffahren aber es sollte wieder sich ein bisschen besser aufteilen in der stadt so wie schaut es müllmäßig aus da dürfen wir ein bisschen probleme haben 11 prozent wie schaut es bei denen aus dafür sind die beide voll 3,8 vielleicht müssen wir uns doch noch eine zweite verbrennungsanlage leisten auch wenn die 1800 kostet aber ist glaube ich notwendig 37.000 ja geht glaube ich nicht anders müssen da ein bisschen investieren ja wie schaut es denn jetzt aus von der Verbrennungskapazität wahrscheinlich mit einer dritten wären wir wieder im gelb grünen Bereich aber so viel so hoch sind unsere Einnahmen noch nicht wirklich müssen wir erstmal abwarten genau ansonsten können wir noch über das Budget noch schauen wobei da ich beim Müll habe ich schon 120% eigentlich eingestellt da haben wir eh schon erhöhtes Budget ja wobei da ist jetzt überall Müll, 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 Müll das heißt die müssen wir auf jeden Fall mal entleeren gehen die sind beide voll 1,8 hm 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 so ok die die hier sind haben jetzt einen relativ langen Weg zur Autobahn die müssen da quasi na wobei hier und hier das geht eigentlich aber Müll müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten aber ich glaube der Verkehr schaut jetzt deutlich besser aus wenn wir jetzt zwei Autobahneinfahrten haben weil ich eventuell vielleicht offline mal probiere noch irgendwie schöner zu bauen das Ganze weil es doch wirkt teilweise jetzt ein bisschen eckig zum Beispiel hier aber und das mit die Kurven ist bei mir da ist sie immer noch so dass die nicht immer immer so schön geschwungen ausschauen ok wie schaut es hier bei unserer Kreuzung aus da eigentlich voll ok wobei ich gerade überlege wenn da weniger Verkehr ist ah ja wobei ich habe jetzt überlegt ob ich vielleicht die Brücke wieder verkleinern soll aber braucht man nicht wirklich so wie schaut es mit den Bedürfnissen aus die Leute wollen wieder ein bisschen mehr ja da ist Müll schon ein Problem dass die schon sauer sind deswegen sollte sich aber demnächst lösen Einnahmen steigen auch wieder auf 2,2 gut wir haben ja jetzt relativ wenig Müllwagen im Einsatz gut ich meine die Verbrennungsanlage bietet uns 27 Kapazität kriegen wir dazu 1,8,2,4 ich glaube eine leiste ich mir noch das ist einfach notwendig 37.000 es war einfach notwendig um die Müll besser unter Kontrolle zu kriegen ja man sieht kaum ist das Problem gelöst werten sich auch schon die Häuser auf ah und wir haben die 8.000 Einwohner das ist eigentlich passt perfekt von der Aufnahme wir haben jetzt circa ja halbe Stunde eigentlich die Folge jetzt wieder also und wir haben es noch zum Ende der Folge geschafft das Ziel was ich mir gesteckt hatte 8.000 Einwohner haben erreicht das heißt wir können beim nächsten Mal dann schon überlegen ob wir nicht eventuell Zuganbindung machen in die Stadt hinein Güterbahnhof wäre zum Beispiel eine Überlegung ja dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge von City Skylines tschüss tschüss tschüss